Hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. Erfolgreich im Energiemarkt ist das Thema und heute mal ein Stück weit ein anderes Video, wie du es vielleicht von mir gewohnt bist. Heute mal kein Tutorial, keine Anleitung und auch keine Tipps in diesem Video, sondern heute geht es eigentlich eher um eine kleine Ankündigung. Und zwar, ich habe zu diesem Thema einen Blogartikel erstellt, weil mich immer wieder Fragen erreichen, die dann so in die Richtung gehen. Lohnt sich überhaupt noch ein Einstieg im Energiemarkt? Ist das nicht alles schon viel zu viel gesättigt? Und so weiter und so fort. Und ich habe mir gedacht, bevor ich jetzt hier ein Riesenvideo zu dem Thema mache, erstelle ich einfach einen Artikel zu dem Thema, wo du das Ganze im Prinzip nachlesen kannst. Im Artikel geht es zum einen darum, warum der Energiemarkt nach wie vor ein sehr, sehr lukrativer Markt ist und auch in Zukunft sein wird. Es wird in dem Artikel einfach auch darum gehen, die Karrierechancen aufzuzeigen, welche Karrierechancen du in diesem Segment hast, wenn du dir jetzt ein nebenberufliches oder ein lukratives Haupteinkommen aufbauen willst, warum sich das Ganze auch nach wie vor jetzt noch lohnt, warum es ja nur Gewinner in diesem Bereich gibt und worauf du halt im Prinzip achten musst, dass du von Anfang an dementsprechend auch die ersten Ergebnisse erzielen kannst und dass du ja die größten Fehler dementsprechend vermeidest. Darum soll es in dem Artikel gehen und wenn das Ganze für dich interessant ist, dann findest du den Link zum Artikel unterhalb des Videos und natürlich gibt es in dem Artikel noch weitere Tipps und weitere Verlinkungen auf weitere wertvolle Inhalte zu dem Thema. Also wenn das ganze Thema für dich interessant ist, wovon ich ausgehe, sonst würdest du ja nicht das Video dir anschauen, dann wie gesagt unterhalb des Videos den Link klicken und auf dem Blogartikel findest du dann alle weitere Informationen dazu. Ja, dann sehen wir uns und hören uns im nächsten Video dann wieder mit weiteren Tipps. Ja, ich hoffe, das war trotz alledem jetzt für dich so in Ordnung und ja, weitere Infos, wie gesagt, gibt es dann im Blogartikel. Ja, in diesem Sinne maximalen Erfolg, wenn das Ganze für dich natürlich hilfreich ist, dann würde ich mich dann auch freuen, wenn du das Video oder den Artikel dann mit deinem Netzwerk teilst. Ja, in diesem Sinne alles Gute, wir sehen, hören uns im nächsten Video und wenn du keine Videos mehr verpassen willst, jetzt Kanal abonnieren. Ja, bis dann, bis zum nächsten Mal, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.